Ich kann es entweder, das Tracking, über die App steuern oder ich kann es, liebe dieses Teil hier, das ist nämlich die Fernbedienung zur Outspot. Und ich zeige mal was anderes. Wenn ich die jetzt hier davor halte, zieht der Zoom dieser Kamera das richtig schön scharf. Das heißt, wenn jetzt jemand als Influencer unterwegs ist oder aber schließlich last but not least irgendetwas präsentieren will, dann kann er das auch mit der Kamera machen, weil sie eine schöne Optik fährt und dabei letztendlich den Hintergrund etwas blört. Das ist ja so beliebt bei den Zoom-Geschichten und sich nur auf das konzentriert, was man ihr zeigt. Und diese Fernbedienung muss man auch dazu sagen, wie viele in dem Segment schön ist, dass sie drei Kameras steuern kann. Und natürlich mit dem Gimbal, ihr seht, ihr so mit der Bedienung, wie ihr es kennt, hoch, runter, kann jetzt komplett rumfahren, aber da seht ihr auch meine Laserecke, das machen wir jetzt nicht. Und ich kann sie denn senken und das Tracking ist, entweder drücke ich hier auf den Tracking-Knopf oder ich hebe die Hand. Sie blinkt jetzt zweimal. So und jetzt, egal wo ich hinfahre, der Ton wird jetzt natürlich schlechter, da ich vom Mikrofon wegkomme. Aber ihr seht, die Kamera folgt mir. Das funktioniert wirklich gut. Das funktioniert im Freien, wenn ihr jetzt zum Beispiel Vorträge halten würdet oder wenn ihr von draußen, ich sage mal, was ich eigentlich in der Regel nicht gucke, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Sport übertragen wollt oder von Sportveranstaltungen berichten wollt, dann ist es denn halt wirklich so, dass ihr die Kamera denn halt auf KI, auf AI-Tracking denn machen könnt, wenn ich die Hand jetzt nochmal hochhalte, dann stellt sie das Tracking denn halt ein und ich kann nochmal normal mit ihr spielen, wie ihr das von den PTZ-Kameras her kennt. Das macht diese kleine exzellent gut, durch das sie hier mit einem 1,8 Objektiv ausgestattet ist, ist sie sehr lichtstark. Andere beginnen bei 2,8, 3,6, 4,2, manche bei 5,2. Das heißt, ich brauche unheimlich viel Licht bei diesen PTZ-Kameras. Die hier liegt doch tatsächlich bei F1,8, hat eine 1,1,8 Objektiv hier drin, den Sensor, Entschuldigung, sie fängt viel Licht ein. Licht ist ja immer das Zauberwort, wenn es um Video geht. Das wisst ihr, dann ist das Bild schon mal direkt gut. Und die ist sehr lichtstark, hat auch wenig Rauschen, wenn ihr jetzt in einem lichtschwachen Raum denn halt seid. So ist das ein optimaler Begleiter. Allerdings sage ich euch gleich, wenn ihr jetzt einen Feuerwehrmann tracken wollt, könnte ich jetzt einfach hier auf Human-Tracking draufdrücken. Wir haben hier noch einen Laser-Zoom und hier ist Animal-Tracking, also Tiere verfolgen. Wenn da aber 50 Mann mit der gleichen Uniform stehen und mit der gleichen Kappe und ihr habt die Kamera da 5, 6, 7, 8 Meter von entfernt, geht man davon aus, bei 50 gleich aussehenden Uniformen funktioniert das KI-Tracking eigentlich nicht auf die Entfernung. Das ist aber bei allen so. Also überlegt es euch, wenn ihr einen einzigen Feuerwehrmann aus 50 denn verfolgen wollt. Was ich mit der auch machen kann, außer dem AI-Tracking ist, zeige ich euch auch gleich nochmal an der App, ist, dass ich jetzt hier Points festlegen kann. Und wenn ich jetzt sage, Position sollte 1 sein, drücke ich hier auf die 1 länger. Dann hole ich sie mal nochmal zu mir hoch. Hoch habe ich gesagt, nicht runter. So und sage ich möchte jetzt, dass sie auf mich geht, drücke ich hier die P2 lange. Und wenn ich denn nochmal will, dass sie mir hier die Monitore zeigt. Dann mache ich daraus jetzt P3, drücke da lange. Und wie wird es klar, wenn ich jetzt 1 drücke, wenn ich auf die 2 drücke. Und wenn ich dann wieder auf die 3 drücke, er hat diese Funktionen gespeichert. Und er behält sie auch, wenn ihr die Kamera immer an der gleichen Stelle stehen habt, so wie ihr es wollt. Oder halt dann nochmal, ich drücke und sie verfolgt mich, wo immer ich denn halt auch hin will. Das ist einfach fantastisch, das ist toll, das macht sie auch wirklich, wirklich exzellent.